Yo Leute, was geht und herzlich willkommen zu der Lüderfemidee. Heute werden wir auf nicht erschrecken Challenge 2 reagieren. Es gab anscheinend schon einen ersten Teil. Ihr wisst, oder ihr wisst es vielleicht auch nicht, ich bin mega erschreckbar. Los geht's. Ich habe überhaupt keinen Bock auf dieses Video, aber ich mache es trotzdem. Von dem her... Ah! Ich habe die Challenge verloren. Ich musste ehrlich, ohne Spaß, jetzt schon... Oh, okay. Ich habe jetzt nicht gedacht, dass ein Intro kommt, aber okay. Oh Gott. Ich schoss das Dicke. If you jump, flinch or look away, cringe, even when you refresh the page and replay the video until you make it. Nein, sicher nicht, Alter. Ah! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, nicht nach hinten gucken. Hör auf. Ich spiele das ohne Scheiß nicht. Ich bin ohne Spaß erschrecklich. Und ihr werdet es auch gleich sehen. Sobald eine Person hier durchflucht oder eine Person gegen das Ding kommt, Digger, ich bin tot. Nicht... Oh mein Gott, oh mein Gott. Nein, 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 nein. Oh Gott, oh Gott. Save by 0, 0, kommt jetzt alle... Ah! 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 Ah, du Hurensohn! Du wuchend sohn! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott, du wuchend sohn! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Holy shit! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Deine Mama! Ich hab jetzt schon kein Bock mehr! Ah! 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 Oh du wuchend! Oh mein Gott! Ich hab Gänsehaut! Ich kanns... Ah! Ah! Ich seh da... Da ist ein Auge! Siehste? Oh Gott! Da kommt irgendwas! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Ich hab die Kopfhörer nicht einmal ansonsten, das ist zu schön für mich! Ah du Hurensohn! Oh du Hurensohn! Oh Gott! Oh nein! Oh mein Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh mein Gott! Oh Gott! Ich kann das Alter! Ich hab mal Angst! Aaah! Du Wichse! Oh Gott! Warte, hör auf, Alter. Warte, warte mal. Ja, okay. Hör auf. Hör auf. Hör auf. Hör auf! Boah, lieber. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Da ist der Stuhl. Da ist der Stuhl. Der Stuhl Okay Bye Warte Ich muss mein Pullover ausziehen Weil es einfach nicht mehr geht Oh mein Gott Oh Holy Shit Alter Digga, ich kann nicht mehr Ich hab Gänsehaut, ich schwöre Ja, aber sie ist eh nicht, aber Ich hab Gänsehaut Oh mein Gott Was passiert jetzt hier wieder? Wir sind erst mal ne Hälfte, Alter Oh Shit, oh Gott Hinten wird jemand stehen Hinten wird jemand stehen Oh Gott, oh Gott, oh Gott Hör auf, hör auf, mach das vor Oh Gott, oh mein Gott Nein, 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 nein So blißt Oh mein Gott Nein, nein, nein Mach das vor du Mach das vor du Mach das Foto Oh mein Gott Oh mein Gott Ist Ich habe mich so oft schon in die Hose geschissen Oh Gott, oh Gott, oh Gott Mach kein Foto Mach kein Foto Mach Oh Gott, oh Gott Nein, nein Nein, da ist der Typ Oh ich sehe hin, das ist dieser von Ähm, das ist der Typ von äh Wie heißt dieses Spiel, so ein grusiges Spiel Digga, wenn Ich spiele niemals ein Horrorspiel Alter Außer wir kriegen 2.000 Ein, nein, Spaß Digga Also wenn wir es natürlich 2.000 knacken, Digga Dann würde ich sagen, ja Auf safe, aber Ansonsten, Digga Also 2.000 Abonnenten, Digga Es geht noch sehr wahrscheinlich ein bisschen länger, aber Wenn wir es kranken Spiele ich auch hundertprozentig ein Horrorgame Aber ich vermute nicht, dass wir das schaffen Der ist hinter dir, der ist hinter dir Hör auf, der ist hinter dir Hör auf, hör auf Mach keinen Foto, mach keinen Foto Oh Gott, oh Gott, oh Gott Die sieht doch schon schlimm aus Oh mein Gott, oh mein Gott Oh mein Gott, die ist mega schlimm Oh mein Gott, oh mein Gott Oh mein Gott, er ist neben mir Die Musik, ich hasse sie Oh Gott, nein, nein, nein Nein, nein Oh mein Gott, oh, oh Ähm, hallo, oh Gott, oh Gott Darf ich skippen und dann Ich schau es mir jetzt an, aber ich weiß, was passiert Oh oh Ich seh es, ich seh es durch mein Ding Ich seh es durch, ich seh durch, ich seh durch Meine Fresse Genau damit ich das Video beenden will Meine Güte, du Arsch ey Oh mein Gott, ja kommt noch was? Nein, jetzt schau ich das nicht mehr an Oh mein Gott Oh mein Gott Wenn es euch gefallen hat Und wenn ihr wirklich wissen wollt Wie ich Horrorspiele spiele Ich hoffe, wir checkt das wirklich ohne Spaß nicht Aber wer weiß 2000 Abonnenten und ähm Ich spiele ein Horrorspiel Werd das natürlich auch schneiden Werd das hochladen Ähm, das wird mein 2000 Abonnenten Special werden Da wird es natürlich irgendwann mal vielleicht knacken werden Ähm, auf jeden Fall Wenn es euch gefallen hat Würde ich mich natürlich sehr über den Daumen nach oben freuen Ich kann nicht mehr reden, ich bin so Jungs, wenn ihr mein Sorry Wenn ihr mein Herz fühlen könnt, äh Digga, Erkältung ist grad noch mal stärker geworden, Alter Ich geh jetzt ins Bett, Alter Und hoffe, ich träum nicht davon Und ähm Ich hoffe, ihr teilt das natürlich mit euren Kollegen Mal schauen, wie viele Kollegen von euch das Video von mir gesehen haben Und sich dabei erschrocken habt Schreibt es mal einfach in die Kommentare rein Und ähm Ja, wir sehen uns heute rein Tschö mit dir, peace